Aus meiner Hosensasche, Bates Bacher Reifen, leider zu groß für eine Box jetzt gerade, schon fertig montiert. Gibt es in zwei Größen, einmal vorne 190,19 und hinten 130,90,16. Für jeden, der es gern ein bisschen stolliger hat oder umrüsten will auf Stollenreifen, aber im Prinzip ein guter Allround-Reifen, auch für die Straße. Das erste Mal, wo ich die gefahren bin, da habe ich erst ein bisschen Skepsis gehabt, weil es war recht nass und eben auch aus Asphalt und haben aber eine super Haftung, auch auf der Straße, kannst du wirklich bis auf die äußerste Kante fahren und die haben immer noch gut Grip. Und aber auch so, für jeden, der reiselustig ist und vielleicht auf ungeraden Wegen mal unterwegs sein will, ist das ein guter Reifen. Ich finde es halt einfach geil, dass du halt einen Reifen hast, der halt quasi für Straße genauso wie für Offroad oder Schotter, Piste, sei es was, was ich, gut ist. Jetzt auch gerade beim Reisen, wenn du halt mal irgendwo im Wald dich verirrst oder so, mit den Rädern kommst du da wieder raus. Und ich brauche auch bald neue Räder, äh neue Reifen. Ich glaube, ich hole mir den auch. Ja. 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 Ja.